Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4629 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Elektriker werden in der Regel gut bezahlt und haben gute Aufstiegschancen. Elektriker werden in der Regel gut bezahlt und haben gute Aufstiegschancen. Lerne so viel wie möglich. Je mehr du weißt, desto mehr kannst du damit spielen und neue Verbindungen herstellen. Lerne so viel wie möglich. Je mehr du weißt, desto mehr kannst du damit spielen und neue Verbindungen herstellen. Lerne so viel wie möglich. Je mehr du weißt, desto mehr kannst du damit spielen und neue Verbindungen herstellen. Unser Team beginnt sofort mit der Planung. Ich denke, in zwei Wochen wird es ein Ergebnis geben. Unser Team beginnt sofort mit der Planung. Ich denke, in zwei Wochen wird es ein Ergebnis geben. Ich habe eine Torte zu deinem Geburtstag gebacken. Ich informiere mich telefonisch bei der Zentrale, da ich die Anlage noch nicht genau kenne. Wir tragen diese wunderschönen Kleider, weil wir zu einer Hochzeit gehen. Wir tragen diese wunderschönen Kleider, weil wir zu einer Hochzeit gehen. Wir tragen diese wunderschönen Kleider, weil wir zu einer Hochzeit gehen. Ich bin Architektin. Ich plane hauptsächlich den Bau von Brücken an deutschen Autobahnen. Ich bin Architektin. Ich plane hauptsächlich den Bau von Brücken an deutschen Autobahnen. Ich schaue mir gerne die Fotos aus dem Familienalbum an. Ich schaue mir gerne die Fotos aus dem Familienalbum an. Wenn es in der Wohnung nicht warm genug ist, hilft oft eine kuschelige Decke. Wenn es in der Wohnung nicht warm genug ist, hilft oft eine kuschelige Decke. Mein Name ist Lisa. Bevor ich morgens mit der Arbeit beginne, starte ich mit einer Tasse Kaffee. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich schaue mir gerne die Fotos aus dem Familienalbum an.